Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß. Ich habe von Kennys Boot erfahren. Ja, das stimmt. Oh, da ist... Oh, seit wann ist Herschel denn da? Warte, der war da eben noch nicht, oder? Der war... Nee. Der war da eben noch nicht, glaub ich. Hey, Herschel. Wie warst du aus Atlanta? Ich habe eine Runde, und dann bin ich in einer Reck. Ich ging, bis dein Junge gefunden hat mich. Hm, naja, du bist nicht mehr für woher. Diese Farbe ist ein schönes Plot von Land. Ha, wenn du mir 20 Jahre alt bist, ich würde das noch machen. Ich würde dich sagen, dass du voll von Krab. Es gab nie einen Plan, einen Ort zu haben. Es war in der Familie, und ich glaube, so war ich. Die Familie ist wichtig. Es ist alles, was wichtig. Du, das stimmt. Du, das stimmt? Das stimmt? Ja. Wo ist deine Familie? Eltern? Wife? Frau? Nein. Wife. Nein. Nicht mehr. Ich denke, sie ist in Virginia, vielleicht. Sorry, zu hören. Aber jetzt hast du diese kleine Frau zu beachten. Clementine, ist es? Du hast gerade auf sie gestern? Nein. Nein. Ich habe eine Hilfe in der Haus. Ja. Ich habe eine Hilfe in der Haus. auf jeden Fall. Ich muss dich erklären. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wer du bist, oder was du hast. Ich weiß nicht, wer du bist, oder was du getan hast. Du musst auf die Honestheit von Strangern betrachten, wenn du es machst. Und wenn diese gleiche Leute zu fragen werden, dann werden sie in Gefahr sein. Aber zumindest hast du den Grundsatz, zu hören zu einem Mann, der dir Tipp zu geben. Äh... Zuerst ist, wir haben ihm die Wahrheit gesagt. Wir waren aufrichtig zu ihm. Aber was passiert da jetzt? Nein, nein! Achso, oh. Okay, ich dachte... Nein! Ach der Junge. Aber auch der darf nicht sterben, um ehrlich zu sein. Tut mir leid. Was ist denn mit Kenny los? Was?! Mach's dein Arsch, Alter! Ich bin okay, Pop. Ich bin okay. Ich kann dich fixieren, nicht zufrieden. Ich werde dich aufrechnen. Es hat mir fast... Es hat mich gefangen, Mann. Lee versucht, mich zu retten. Ich weiß, Junge. Ich... Als ob, Alter. Und ich wollte ihn doch retten. Und Kenny haut einfach ab, ey. Was ist das denn für ein Arsch? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Get out. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him. But this piece of shit let him die. You don't need to say anything. You tried. Please. Just go. Ich wollte sagen, es ist meine Schuld. Ich hab die Punkte nicht gesehen. Shit. In der Klemme. Achievement. Als ob. Hallo, Eli. Oder Jonas. Ich weiß nicht, wer von euch beiden grad da ist. Nein, Jonas. Klar, Jonas. Hallo, Jonas. Kenny ist so ein Arsch, Alter. Was ist denn mit ihm? Hättest du ihn so absetzen können? Der hätte weglaufen können. Und er hätte uns helfen können. Aber nein. Der Spasti muss ja eher seinen Sohn halt noch wegtragen, weil er hat ja nicht zwei gesunde Füße, um zu laufen. Wah! Wir dürfen auch... Wir müssen auch abhauen? Huh? Ja, eher so beide. Okay, dann hallo beide. Hallo, Eli und Jonas. Was? Ah. Gleich in die Fresse schlagen den Typen, ey. Alles klar. Und das sind jetzt ein paar mehr. Und noch eine. Alles klar. Vielleicht hätte ich nicht so rumschreien dürfen. Hilfe! 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 Oh, was ist das denn? Noch wer? Der sieht einfach eiskalt aus wie Gelände. Oder? Oder sah der gerade aus wie Gelände? Der, oder? So ein bisschen halber Gelände. Nur nicht... Warte, war er asiatisch? Er hat mir eine Mütze und so. Kam er in der ersten Staffel von The Walking Dead auch vor. Es ist Asiatisch. Wir können euch hören. Es ist Asiatisch. Es ist Asiatisch. Wir können euch hören. Ich werde sagen, was ich will, wenn du diese Leute beginnst. Du musst ihn entschuldigen. Du musst ihn entschuldigen. Du musst ihn entschuldigen. Duhst du nicht, was passiert? Was passiert? Was ist das? Ich... Ich... Ich habe zu schlafen. Ich gehe nach vorne wieder in eine Minute. Ich glaube, du würdest. Du bist ein dummer und interessierter Kind. In ein Minute, Clem. Sie haben Kinder, Lilly. Die Dinge in der anderen Seite nicht interessiert. Vielleicht sollten wir sie mit ihnen zusammenkommen. Vielleicht sollten wir sie mit ihnen zusammenkommen. Du musst sie mit ihnen kontrollieren. Gott, Lilly. Du musst diese Leute kontrollieren. Carly und Glen einfach rausgekommen. Ich bin nicht auf eine Fliege. Wir sind in einer Zandung. Sie ist nicht falsch. Sie haben einen Riesk. Sie haben einen Riesk. Ja, wir haben. Und wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Jetzt gehen wir. Holy shit. Sonne von einer Bitch. Eine von ihnen ist bittin. Er wurde nicht bittet. Er wurde nicht bittet. Hell, er wurde nicht. Wir müssen das jetzt enden. Über meine totale Körper. Wir fangen eine hole. Nein. Ich versuchte ihn. Es gibt keine Bitte. Er ist gut. Er ist gut. Wie viele Leute verstehen? Wir haben es bereits gesehen. Wir haben es schon gesehen. Wir lassen jemanden mit einer Bitte bleiben. Und wir haben alle gebeten. Wir haben alle gebeten. Wir müssen ihn weg. Oder erhitzen. Kenny! Stopp ihn! Wie? Was machen wir mit diesem Mann? Er ist nur ein Kind. Lilly? Ich werde das machen. Aber dein Herz, Vater. Du musst dich entschuldigen. Wir haben ihn mit ihm. Mit dem blöden enden. Vielleicht. Niemand wird meine Kind. Niemand wird alles tun. Niemand wird alles tun. Schau dich, Lilly. Und du? Schau dich. Schau dich. Sie werden uns finden. Und sie werden hier rein kommen. Und nichts davon geht. Und nichts davon geht. Aber ich denke, wir werden uns mit einer dieser Dinge getrunken. Wir werden uns mit einer dieser Dinge getrunken. Was zur Hölle bist du? Er hat gebeten. Das ist so, wie du dich gehst. Er ist nicht gebeten. Bitte stoppt das. Es tut ihn. Oh. Ich tut ihn. Es tut ihn. Es tut ihn. Er ist nicht aufgeregt. Nein, wir wissen. Das ist ein großes Problem. Was ist das, wenn du dich warst? Es niemals passieren. Sie ist kein Kind. Sie ist ein Kind. Sie ist nachher. Sie sind. Du und sie. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Warte mal über Duck. Lea. Ja? Es ist jemanden da. Es ist gewohnt. Die Begriffe hinter den Kohnen. Wahrscheinlich. Hey, ich bin nicht der schlechte Typ hier. Ich bin nur für meine Frau. Nein, du bist nur der Typ der Argo für ein Kind zu töten. Er ist verletzt in Muck. Sie finden die Beine. Sie werden nicht. Und wenn sie das... Die erste, was er macht, ist er seine Teile in seine Mutter. Dann, als sie tot ist, er wahrscheinlich auf deine kleine Frau. Sie wird schnell gehen. Und dann werden sie drei. Dann gehen wir mit dem dann. Aber jetzt sind wir einfach alle raus. Dann sind wir bereit, denn dieser Mann ist... Das wird nicht passieren. Es ist. Und wir werden ihn jetzt rauskennen. Nein! Du bist nicht das Mann. Du bist nicht jemanden. Ich habe eine kleine Frau, ich versuche, in hier zu retten. Du willst dich zu retten, du wirst? Dann komm mal! Du besser hast einen Plan, um mich zu töten, weil es ist mir! Vor allem anderen hier. Und dann? Oh nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Geh weg von mir, du sonn of a bitch! Ah, cool! Ah! Heeeewww You okay? Just great, thanks. Eeeewww da fudda Guys? Everybody down! Stay quiet! They're gonna get in shut up! Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch with a ritchie trigger finger. That was stupid! That was... Jega! Bitte stirb, alter, ganz ehrlich. Was ist denn mit ihm? What's wrong with it? It's his heart. Like pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. Wieso müssen wir da jetzt rein? We'll get in there somehow. Thank you so much. Kein Ding. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Uh, yeah. Wow. Power-Schalter. Radio umdrehen erstmal. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find something. It needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Was? Ja, natürlich. Ich... Ja... Nein. Hahaha. Wie dumm, Alter. Nice. Yea... Na... igonga satt credede Yes... A・・・ A・・・ Hatern system okedo ... Ya... ... Mh. Nekiah, D Yoh... Chastana d ... D ... You Well, water Ich bringe ihn zurück, mit irgendwelchen unnötigen Geräusern. Entstanden. Ein sehr guter Plan. Es sind ein paar, ne? Es sind ein paar. Sie essen. Das ist alles, was sie interessieren. Und wenn einer dich kriegt... Sie essen dich. Und was, was in der anderen Seite zurückkommt, ist einer von ihnen. Wie der fuck? Ich denke, es könnte mehr als ein paar Tage sein, bevor alles ausgesucht wird. Ja, aber ich glaube auch so. Wir sollten es besser ausziehen. Leise sein ist immer ein Vorteil, würde ich meinen. Nicht hier überhaupt. Ach doch da. Fernsehladen. Nice. Was ist das hier? Baumarkt. Oh. Ja gut. Das ist nicht so nice. Was ist das? Das ist eine Kombination lock. Look at the one trapped over there. Better him than us, huh? Oh, shit. What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? Yep. Robbie's over. I'm saying he might have the pharmacy keys. I don't know. Could be anybody, you know? They start rotting and get all cheat up and... Shut up, Doc. Look at the uniform though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. I would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we did somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Alles klar. We proved that that guy worked here. And then we can try to clear the street to search him for the keys. Yeah. Probably easier said than done. What? Das ist Lee's Bruder? Oh, lol. Das ist ein heistige Fortifikation-Job da. Ja. Das funktioniert nicht. Let's go back inside. Okay. Okay. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein.